Mhm, mhm. Dann schauen wir mal. Solo gegen Squad. RIP. Das ist aber finster. Ist eh ja gar nichts. Ich hoffe, da sind ein paar Solo-Leute unterwegs. Oder wenigstens Trios. 15 Teams. 50 Leute. Das sieht schlecht aus für mich. Wow. Cool. Ich habe das Gefühl, ich laufe auch schneller. So insgesamt. Ist aber auch nur Einbildung. Da ist doch sicher eine Squad drin. Ich gehe da hin. Warte. Vollautomatisch. Die mag ich lieber. Warte, ich muss die Squad auslöschen. Oh. Das kann ich auch. Nein, meine Waffe hat eine, äh, eine Kugel drin. 20 Schuss sind etwas wenig für vier Leute. Schade. Können die nicht Solo reinbringen? Bitte. Was, ich habe Leute in meinem Team. Das will ich aber gar nicht. Ich habe das doch ausgestellt. Jetzt muss ich mit Blöden spielen. Die sollen weggehen. Die machen nur Ärger immer. Die Randoms. Gib's zu? Ich gehe da hin, wo ich markiert habe. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Wir machen das alleine. Okay. Wir machen das alleine. Ich brauche hier keinen. Oh, oh. So, mate. So, mate. Ah, ah, ah. Ah, fuck you. Ich komme wieder, weil ich Freunde habe. Ich lande bei meinen Freunden. Aber die haben noch keinen Kili-Looten hier rum, blöd. Ich war schon, äh, auf Reisen. Ja. Ah. Was denn? Rette mich. Ich verblute. Ich verblute. Schade. Dafür hat man Freunde, oder? Wie kann ich helfen? Ich mach mit. Oh Gott. Oh, er ist tot. Er ist tot. Ich muss ihn finishen. Was habe ich denn hier für eine Waffe, bitte? Oh, der retzt ihn gerade. Kann ich das bitte looten? Es ist der Falsche. Es ist der Falsche. Ich will nicht retzen. Ich will looten. Ich bin viel zu nett. Oh, ist das erbärmlich. Ich will Solo spielen. Das ist blöd. Ich will nicht mit denen. Ich muss mit Leuten spielen, die sich mit Claymoors wo rein snipen. Oh, ich kann durch Türen gehen. Geil. Ich will mich boxen, wilder Arsch. Und jetzt ist da noch ein anderer. Der wollte mich boxen. Anstatt, dass er schießt. Schau ihn dir an. Was ist der andere? Schau ihn dir an, den blöden Abstauber. Ich komme mal zu euch hier. Gibt es hier Stuff in der Container? Oh lol. Er hat eine Sniper. Er hat eine Sniper. Komm her. Jetzt ist er weg, wo ich eine Sniper habe. Ist das ein Ernst? Ist das ein fucking Ernst? Wow. Ich habe einen. Ich habe alle. Ich habe alle, bis auf den. Oh. Kann mal jemand kommen? Fuck. Okay, der ist genockt. Was bugt hier? Ah, ah, ah. Warte, ich muss noch Waffen looten. Er läuft echt weg. Er läuft echt weg. Der ist fast tot. Jetzt ist er tot. Ist hinter uns noch was? Oh. Ich stehe komplett offen. Okay, ich muss, glaube ich, da runter. Oh oh. Oh oh. Warte. 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 Ich muss hier nur kurz, äh. Ich muss hier nur kurz weiterlaufen. Please. Ich habe nicht mal mehr Platten. Wow 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 wow. Warte. Ich bin der einzige Überlebende. Gasmaske. Nett. Kann ich da hoch? Ne. Ach, das war es leider für mich. Dritter. Alle waren tot. So. Jetzt habe ich keine Freunde. Jetzt bin ich allein. Das kann man eh vergessen. Ich kann doch nicht solo gegen vier spiegeln. Ich mag nicht rumschleichen. Aber gut. Wir springen einfach rein in die Leute. Geh weg, du Blöder. Ich bin hier. Piu, piu, piu. Ich brauche eine dritte Platte. Uh. Gib mir, please, eine Platte. In dem Laden. Nein. Die feindliche Drohne. Ich denke, ich werde hier angreifen, bevor ich angegriffen werde. Oder? Das ist doch immer die beste Taktik. Oh. Oh, da steht eine Klemor. Ich habe keine Platten. Ich habe keine Platten, jo. Geh weg. Hat der welche? Please, mach, dass der welche hat. Er rätzt dich. Nein. Ich spring mit einem HP raus. Oh. Der ist oben, der ist oben. Ich bilde mir alles ein. Ich habe mir alles eingebildet. Sowohl visuell als auch auditiv. Achtung. Achtung, ich mache mit. Ah. Du Arsch. Wo ist er, auf welchem Scheißdach? Echt jetzt? Achtung, ein zweitlicher Schopfer in Jax. LOL. Ein Freekill. Und ich töte ihn nicht. Das ist echt schade. Wahrscheinlich killt er mich jetzt mit der Pistole. Ist ja auch ganz normal, oder? Ich schieße ihm eine... Ich halte ihm eine AR ins Gesicht und er killt mich mit der Pistole. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Meine Mission, die ich hier habe. Ich habe auch keine Lust auf Almastra. Diesen Afghanistan. Fuck. Wo gehen wir als nächstes hin? Wo ist es sicher für uns? Ich finde es hier am besten. So einzelne Häuser. Da landen noch keine Scords. Außer die schlechten. Und mit denen komme ich klar. Na, dann komm mal mit. Geh bloß weg. Geh bloß weg, du Blöder. Hier ist niemand. Okay. Immer geht die Map auf. Ich raste aus. Wenn ich deshalb mal sterbe, dann lösche ich das Spiel. Dann lösche ich aber das Spiel. Sollen wir da hingehen? Der hat bestimmt schon Angst. Und seine drei Freunde. Ich muss halt vorsichtiger spielen, aber das mache ich nicht. Mach's nicht. Wow, 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 wow. Beruhig dich mal. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Die haben hier auch schon irgendwas am Laufen. Ich scorte hier auf dem Dach. Atze, ich leeche. Ah, das sind drei Leute. Das sind meine Bounties. Ich glaube, da mache ich was anderes. Wo ist denn der Schauer? Hm? M-hm? Okay. Ah. Und da bin ich tot. In einer Millisekunde. Der hat ja alles daneben geschossen. Eine Kugel trifft und ich bin tot. Ich kann nicht behaupten, dass das hier eine sinnvolle... ...Aktivität ist, die ich hier mache. Äh. Ich habe schon drei Seesäcke geöffnet. Ich bin ein Held. Ach, als wenn die endlich die Time to Kill erhöhen würden. Dann wäre ich glücklicher im Leben. Preci. Die wollen mich... Die wollen mich immer alle. Ich habe nichts gemacht. Ich bin alleine. Ich bin harmlos. Und dennoch werde ich hier immer attackiert. Oh. Das tut mir aber leid. Kommt der wieder? Der kommt echt wieder. Schau dir den an. Schau dir mal den an. Ich habe das nicht verdient. Ich gebe alles. So, jetzt reicht es. Ich muss jetzt mit Random spielen. Kann ich dauernd sterben und dann nichts tun. So, ich passe mich jetzt an, okay? Ich bin jetzt ein gutes Teammate. Ich sage, wo es hingeht hier. Die müssen sich jetzt danach richten. Let's go. Oder wir gehen ins Schloss. Die machen bestimmt, was ich sage. Ja. Piep, piep, piep. Kommt alle mit. Hier geht's rein. Oh. Der Feind. Es ist der Feind. Meine Freunde sind nicht mehr da. Oh. Warte, ich bin runtergefallen. Ich glaube, wenn ich hier hochgehe, bin ich jetzt tot. Wuh. Ah. Zuki. Da gehe ich hin? Nach Zuki. Wo sind jetzt alle? Lull. Falsches Quad. Warte. Das sind nicht meine Freunde. Ich brauche nur eine Waffe. Dann kann ich auch mitmachen. Ich brauche bitte eine Waffe. Okay, einen Raketenwerfer. Alles. Ah. Uh. Er ist getockt. Warte, ich mache das. Ich helfe. Wenn ich hinkomme. Äh ja, kannst du mal woanders hinkrabbeln? Er krabbelt nach Openfield. Schau, was für ein gutes Team-Mädig bin. Mich will man doch haben, oder? Wir werden gejagt. Heftig. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe hier Raketen. Was passiert jetzt, Freunde? Das ist einer von meinen. Oh, das sind ja gleich zwei. Uh. Äh. Haben wir die erledigt? Nice. Er killt einfach. Beide meiner Mates. Beide. Okay. Ich fühle mich etwas... Oh, er smugt mich nicht. Das ist doch nett. Was ist das für ein Typ? Bitteschön. Komm, lauf rein. Komm, lauf rein. Du willst es. Was ist das für ein Dude? Warum tötet der alle? Ich brauche irgendwas Long-Rangiges mal hier. Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Hilfe. Hilfe. Was machen die da oben? Nix. Warum töten die mich nicht? Rätzt mich. Nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Er dreht sich im Kreis und stirbt. Ich, ich. Mir geht's gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Hilf mir. Mir geht's gar nicht gut. Danke. Thanks. Das lobe ich mir. Er hat das genau getimt. Allerletzte Sekunde. Aber was sind das denn für Leute hier auf den Dächern, bitte? Die machen ja gar nichts. Ah, ich sehe nicht. Oh, wer ist das denn? Hier geht's aber ab. Warte, ich muss ihn finischen. Das muss schon sein, oder? Bevor man hier rätzt. Ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Die Leute schießen da doch rein. Schau, wie dumm. Wo schießt der hin? Die bleiben da echt am Dach sitzen. Und das Ärgste an der Sache ist, die killen nicht mal einen hier. Die machen gar nichts von dort. Wie passiv kann man sein da oben am Dach? Geh weg. Oh, ich bin tot. Das war aber nicht der. Ich brauch Hilfe. Cool, wie gleich alle drei kommen. Ich schaff das, danke. Jetzt brauch ich nur noch einen Sniper. Und eine Platte. Eine Platte. Eine Platte wäre gut. Da müsste man mich nicht immer retten. Kann ich denen das sagen? Ich hab's auf jeden Fall mal gesagt. Haben die alle keine Platten, die Geier? Wir haben hier so viele getötet. Niemand hat was, oder wie? Ah, ah, ah. Knock, knock, knock. Uh. Was macht der für uns? Ich versuch den zu finischen. Oder ich nehm noch einen mit. Die haben doch... Die haben doch bestimmt Platten. Nein, come on. Er killt mich. Ah. Die Waffe war leer. Komm, U-Drocks, mach auch was. Pach, hier ist alles schon leergegeiert. Ich brauch jetzt echt mal Platten. So, für die Sicherheit. Und wo sind die alle? Wo geht's hier rein? Ich würde dir helfen, aber ich find die Tür nicht. Oh. Ich würd gern da reingehen. Und... Den töten. Da ist er auch an einem Dach. Oder den an? Wie kann ich da hochkommen, den finischen? Gar nicht? Okay, cool. Ich streu ihn hier rum. Weißt was? Da waren aber... Uh, da waren zwei. Ui, der ist tot. Lass mich... Gib mir deine Platten, Dude. Er hat eine. Cool, er hat eine. Ah. Er wechselt auf die leere Waffe. Ja. Ich tu doch alles. Niemand hat Platten. Oh, wir liegen 20. Schön. Bin ich jetzt tot? Für immer? Ja. Schade. Wir haben so hart gekämpft. Gemeend. Ja. Bis zum nächsten Mal.